Ja, es ist halt noch immer so ein bisschen schmerzhaft am Knöchel, es geht leider ein bisschen langsamer als gedacht, aber trotzdem bin ich ganz guter Dinger, dass es in den nächsten ein, zwei Tagen schon wieder einen Schritt nach vorne geht und ich dann auch auf jeden Fall diese Woche noch ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das heißt, man muss sich auch keine Sorgen machen, dass du den Auftakt in die Restrunde verpassen könntest. Davon gehe ich aus. Heute das erste Mal mit Fußballschuhen am Ball gewesen, das hat ganz gut geklappt und jetzt sind es nur noch Kleinigkeiten, dass der größte Schmerz ein bisschen rausgeht, aber wie gesagt, da bin ich ganz guter Dinge, dass das in den nächsten Tagen passiert.